Whatcha gone, whatcha gone do with that dessert? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video Und ja, wie ihr schon merkt habt, es ist Walid-Dag Und ja, deswegen kommt auch ein Walid-Dag-Special Und ja, deswegen heißt es wieder auch 5 Arten wie man Walid-Dags feiert Und so, dann let's go Als erstes das kleine süße Paar Du bist so lustig Bitte jetzt meine Freunde Ja, aber du musst mir eine Rose schenken Ich hab keine Rose Okay, der nicht Als zweites das Teenager-Paar, was einfach nicht streitet Achtung, in diesem Teil werden ein paar Schimpfer davon kommen Also bitte nicht sauer sein Willst du mich verarschen? Du betrügst mich? Lass dich nie wieder blicken Lass dich nie wieder blicken Lass mich in Ruhe Du hast mich angefangen Bist du ein bisschen nett oder so? Als drittes Das alte Paar Das alte Paar Was sich einfach nicht mehr los wird Ach, mein Schätzchen Ach, ähm Wie wär's, wenn wir mal in den Park gehen? Ach, Schatz Ich hab dir doch gesagt Ich möchte nicht in den Park mit dir Ich hab doch zu viele Kinder Und zur Ecke gehen Und ich will keine mehr Das wollte ich ja auch nicht bezwecken Ich wollte nur, dass wir unsere alte Liebe wieder erfuscht Da Du musst einfach So Ein Schlopper zu Und jetzt kommen wir gerne nach Hause Nummer 4 Die Das Paar, was einfach nicht mehr los wird Weil sie Weil sie einfach Sich einfach nur umarmen Und sich einfach nicht los werden wollen Oh, Schätzchen, nein Geh nicht aus dem Haus ohne mich Schätzchen Ich will auch nicht ohne dich raus Ich weiß Ich will nur was drücken lassen Und das nebenan Aber ich kann nicht ohne dich Dann lass uns zusammen gehen Und als fünftes Und als letztes Das Asi-Paar Schatz Kauf dir mal ein bisschen Sachen Du bist einfach nur Du siehst einfach nur behindert aus Schatz Du siehst nur behindert aus Einfach so an Schaff'n Teddy Teddy ist Das Beste Und du Einfach so von Kik Nein Kik ist das Beste Ja Also ja Ja Dieses Mal Ja Was ist denn Ich fand das ein bisschen Ich fand das ein bisschen Sinn lustig zu drehen Und ja Falls ihr kein Video mehr von mir verpassen wollt Dann macht doch ein Abo Und rück doch auf die Glocke neben den Auf-Baschen Und wenn ihr bestimmt nicht abonniert habt Dann rück doch mal auf den Abonniertseiten Und ja Bye Leute Tja